. Super Katzenohren. Ich kann hören, wie Nachtninja und seine Ninjalinos ihre Ninjafinger benutzen. In der Nacht sind wir ganz groß. Oh nein, sieh nur. Nachtninja und seine Ninjalinos klauen alle Hindernisse. Bleibt ruhig, PJs. Folgen wir dem hier. Ich weiß, dass er uns geradeweg zu diesem Störenfried führt. Muhahaha. Mit meinem eigenen Ninjapark, in dem ich üben kann, kann mich nichts mehr davon abhalten, der größte Ninja auf der ganzen weiten Welt zu werden. Wenn das nicht die PJ Pests sind, die mal wieder all den Spaß verderben wollen. Dieser Spielplatz gehört in die Stadt. Nachtninja. Gib ihn zurück. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir ein Rennen darum fahren? Der Ninja, der die Hindernisse am schnellsten überwindet, darf den Spielplatz behalten. Du bist dran. Du schummelt, Nachtninja. Ich stecke fest. Du schummelt, Nachtninja. Ich stecke fest. Danke, Gatboy. Du weißt, dass es nicht nett ist, einen Kinderspielplatz zu klauen, Nachtninja? Selbst für dich nicht. Grrrr. Super Gekko-Muskeln. Ach, komm schon. Ich mag ihn so gern. Nicht der hier. Ah. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr. Au, au, au. Du brauchst keine Super-Katzen-Ohren, um zu wissen, dass das nach Ärger klingt. Und das ist nicht alles. Euletts Turbomobil ist verschwunden. Ich wette, diese Welfis haben etwas damit zu tun. Super-Katzen-Ohren. Ich kann sie im Park hören. Eulett, du fliegst vor und wir folgen dir auf den Turbomobilen. Guter Plan, Catboy. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Schnell, binne das Seil um den Knochen. Wir haben keine Zeit. Nicht so eilig, Wölfis. Ihr werdet euch bis auf die Knochen blamieren. Nun, ihr müsst uns zuerst fangen. Au, au, au. Oh nein, sie sind auf dem Weg in die Stadt. Dieser Knochen wird gewaltigen Schaden anrichten. Wir müssen sie aufhalten. Ich werde meine super-eulen Augen benutzen, um euch vom Himmel aus zu führen. Schnell, hinter ihnen her. Hier kommt eine Bank, Catboy. Pass auf. Super-Turbogeschwindigkeit. Gecko, pass auf. Eine Straßenlampe kommt auf dich zu. Super-Turbogriff. Eilende Eidechse. Das war knapp. Sie sind auf dem Weg zum Museum. Wir müssen uns diesen Knochen schnappen, bevor sie die ganzen wertvollen Kunstschätze der Stadt zerstören. Gecko, Eulett, ihr lenkt die Wölfis ab. Ich habe eine Idee. Super-Turbosprung. Super-Turbosprung. Au, au, au. Au, au, au. Super-Turboklaue. Super-Turbolasso. Super-Turbolasso. Super-Fun, Catboy. Kevin. Oh, ich meine Buh, Catboy. Beim nächsten Vollmond werdet ihr nicht so viel Glück haben, PJ Masks. Wir werden uns diesen Knochen noch holen. Ah, ist es schön, den Knochen wieder zu haben. Er riecht ein bisschen nach nassem Hund. PJ Masks, ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Haha, Erdlinge. Bald gehört ihr genauso wie alle anderen Planeten voller Schwächlinge mir. Erde gehört mir. Muhahaha. Aha. Sind die Turbomobile alle stadtklar und einsatzbereit, PJ Robo? Ja. Super-Katzenohren. Oh nein, ich habe gerade Romeo's böses Lachen gehört. Super-Euren-Augen. Ich sehe ihn. Er befindet sich auf dem Mond. Oh nein, er richtet eine Streinwaffe auf die Erde. Schnell, PJ Masks, wir müssen ihn aufhalten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Wir sind wahrscheinlich zu weit entfernt gelandet. Zum Glück haben wir unsere Turbomobile mitgebracht. Es ist viel besser als Laufen. Da stimme ich zu. Kommt schon, PJ Masks. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh nein, Hilfe. Ahhhh. Haltet durch, Olette. Super-Turboklaue. Puh, danke, Catboy. Das war knapp. Du hast nicht zufällig Romeo gesehen, als du da oben warst, oder? Doch, er ist da hinter dem Hügel. Los. Sag Tschüss, Erde. Hm, das ist neu. PJ Masks. Wie habt ihr PJ Plagegeister mich gefunden? Super Katzensprung. Super Turbobohrer. Muhaha. Das ist das letzte Mal, dass ihr PJ Plagegeister mir Ärger macht. Bereitet euch darauf vor, migrige Pyjamas zu sein. Oh nein. Oh oh. Super Gekko Muskeln. Super Gekko Muskeln. Danke Gekko. Uh, wo ist Romeo? Super Gekko Muskeln. Uh, wo ist Romeo? Beruhig dich Romeo. Wir werden das wieder rückgängig machen. Da wären wir Romeo. Gib mir die Strahlenpistole. Ihr PJ Masks könnt gar nichts richtig machen. Das nächste Mal kriege ich euch, PJ Plagegeister. Nur ein letztes Detail. Super Gekko Schild. Da. Perfekt. Muhahaha. Und jetzt kommt der beste Teil. Hey, was ist hier los? Oh oh. Hier stimmt etwas nicht. Super Eulenaugen. Überall gehen die Lichter aus. Es ist Romeo. Er klaut sie. Los, PJ Masks. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Romeo hat alle Weihnachtlichter gestohlen. Romeo wird uns nie kommen sehen. Netter Versuch, Spatzenherrn. Es geht mir gut. Super Eidexgriff. Super Eidexgriff. Super Eidexgriff. Super Eidexgriff. Da kam der Gekko. Deine PJ Wohltäter werden mich niemals aufhalten. cầnјöpunnen! Super Katzensprung! Super Katzensprung! Wenniau durch wäre, schschedet mich dann. Wenn ich bin, würde ich mich festhalten! Catboy. E 예MAGF ermut und bat die ecke? Mach weiter, Romeo Bäm, muss ich? Frohe Weihnachten, Romeo Bäh, Humbug PJ Masks, ruf laut Hurra Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr Super Katzen Tempo Super Gacko Muskeln Super Altflügel Wow, was ist das? Super Katzenohren Was auch immer es ist, es kommt schnell auf uns zu Seht ihr das an, Robots? Oh Diese lästigen PJs werden mein Schneebot niemals aufhalten Das war der größte Schneeball, den ich je gesehen habe Super Einaugen Oh nein, er rollt auf den Rodelhang zu Schnell Höchste Zeit, ein Held zu sein Er ist zu schnell Ich versuche ihn zu verlangsamen Los, schnapp sie dir, Catboy Super Katzen Tempo, super Katzensprung Wow Ha, nimm das, Catboy Ich habe ja gesagt, dass du meinem Schneebot nicht gewachsen bist Wenn wir den Hügel ganz groß machen, wird ihn der Schneeball vielleicht nicht zerstören Tolle Idee, Aulette Einen Flügelwind Super Gacko Muskeln Das sollte genügen Pass auf, Gacko, da kommt er Es muss hier irgendwo sein, Robot Oh oh Puh, es hätte fast in einer Katastrophe geendet Ach, ihr PJs ruiniert alles Wir haben nicht nur den Hügel gerettet Sondern ihn sogar noch größer und besser gemacht PJ Masks, ruft laut Hurra Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr Ich habe da eine Idee Super Katzenstreifen Super Heidechsengriff Und Super Gacko Muskeln Was du da tust, ist nicht heldenhaft Du zerstörst nur Sachen Wir können dir helfen, Romeo zu besiegen Geh weg Ich schaff das Sieht aus, als wären da nur noch du und ich Gürtelschurke Hast du gehört, Roboter? Gürtelschurke Der war gut, Meister Ich hab so meine Momente Schurke? Schurke? Ein wirklich starker Schurke Zusammen könnten wir die PJ Masks aufhalten Und dann übernehmen wir die Welt Also, was sagst du dazu, böser Partner? Willst du es nochmal versuchen? Ich 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 glaub wohl eher nicht, Romeo Denn ich bin ein Held Genau wie die PJ Masks Hey, hör auf damit So blamierst du mich nur Du hast dich mit dem falschen Helden angelegt Betrachte das als wahr Wihihi Ach, Roboter Was würde ich nur ohne dich machen? Wollen mal sehen, Meister Oh, nicht du auch noch, Roboter? Oh, Menno Wieso stellen sich immer alle gegen mich? Bitte komm zurück, Roboter Bitte, bitte Du bist mein Helferlein Nummer eins Sonst niemand Gut Aber nur, weil sie mich zur Abwechslung mal nett darum gebeten haben Aufhören Das kitzelt Und das lässt mich weniger böse aussehen Es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Helden Und wir werden uns auch wieder sehen Gürtel Tilly Vanilli Ich wusste, dass nicht die Wölfis dahinter stecken Und wir hätten dir Zeit lassen sollen Anstatt einfach loszulegen Hä? Was ist denn, Lionel? Natürlich Wie hält man eine große Eidechse am besten auf? Mit einer größeren Eidechse Bei meinen Katzenschnurrhahn Hinterher Hiho, Lionel-Saurus Ich hab das Gefühl Das wird funktionieren Hey, Romeo Magst du große Eidechsen? Ich hab hier eine für dich Glückstreffer Das kommt nicht nochmal vor Puh Gut gemacht, Lionel Wolfosaurus ist einfach zu schnell Nein, warte Nicht Wolfosaurus ist zu schnell Sondern Romeo Er hat die Fernbedienung Weißt du noch? Beko, hol dir die Fernbedienung Ohne sie ist Wolfosaurus nichts Oh, gute Idee Neinel, da Hey Bleib Finger weg Lass mich runter Super Katzen streichen Schütteln wir diesen Haufen Knochen durch Ihr habt mich nicht das dritte Mal Das war's mit unserem supercoolen Treffpunkt Halt! Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren Ohne dich sind wir kein richtiges Team Genau Nichts ist wichtiger als das Team Du hast alles getan, um uns zu helfen Entschuldige Wir wollten dich nicht in Gefahr bringen Wirklich? Du glaubst, du kannst das Hauptquartier zurückerobern? Aber es ist bereits viel zu weit weg Der Plan hört sich super riskant an Aber genial Bist du dir sicher, PJ-Kumpel? Höchste Zeit, ein Held zu sein! Das stimmt Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Gecko-Moskeln! Gekko-Moskeln! Gekko-Moskeln Wieso fühlt sich oben wie unten an? Wahrscheinlich, weil wir gleich landen werden. Aufgepasst, Mond. Hier kommen die Welfis. Okay, Leute, jetzt geht's wolfsmäßig ab. Wie seid ihr denn auf den Mond gekommen? Oh, oh. Wir sind gar nicht weggeflogen. Das ist unser Hauptquartier. Geht ihr lieber Knochen vergraben? Das kannst du vergessen. PJ-Robo, würdest du bitte die Aufzüge und die Dachluke öffnen, wenn's dir nichts ausmacht? Trautes Heim-Hauptquartier allein. Diese Geräte verwandeln die Festwagen in böse Roboterwagen. Gesteuert von meinen Gedanken. Meine Roboterwagen werden auf den Straßen patrouillieren und alle in Angst versetzen. Niemand wird es wagen, aus dem Haus zu gehen. Und ich beherrsche die Welt. Und ich segle über die Weltmeere. Als gefürchteter Ninja-Pirat. Was? Ich habe immer davon geträumt, als salziger Seebär, meine Ninja-Tricks in böser Piratenmanier über die sieben Weltmeere zu verbreiten. Und was ist, wenn ich seekrank werde und vom Geruch der See grün anlaufe? Nichts, denn ich wollte immer ein Piratenschiff auf Rädern. Ich nenne es die Jolly Ninja. Hör auf zu labern und kümmere dich um deinen Job. Deinen Plan, von dem du mir erzählt hast. Ja, ich meine, yo ho ho, Ninja Linus. Macht euch zum Kabern der anderen Wagen bereit. Schnell, bringt die Wagen in Sicherheit, bevor sie auch böse werden. Ja, ich meine, yo ho ho. Ja, ich meine, yo ho. Bildet einen Kreis. Wir verteidigen sie wie beim letzten Mal. Gemeinsam. P.J. Robo, in 3, 2, 1, Start frei! Okay, P.J. Robo, beginne mit der Transformation. Und los! Musik Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschützt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die P.J. Basques. Oh, der ist ein totem Fallraumschiff. Halt. Was? Den Tier? Metamorphos-Pörder. Damit kann ich jeden in ein Tier meiner Wahl verwandeln. Okay. Aber wieso? Wisst ihr, ich wollte schon immer ein Zoo. Und der Roboter ein Haustier. Also dachte ich, wieso verwandle ich nicht alle in der Stadt in Tiere? Oh, richtig. Ja, und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Tja, das wird nicht passieren. Oh, wirklich. Ich mag Catboy, die Katze, Meister. Darf ich ihn behalten? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Bitte? Wieso nicht? Aber dann musst du dich sehr gut um ihn kümmern. Das heißt, füttern, Dreck wegmachen. Das werde ich, Meister. Versprochen. Romeo, verwandle mich zurück. Jetzt, wo ich dich dem Roboter versprochen habe? Äh, nein. Und es dauert nicht mehr lange. Dann bekommt mein Zoo auch noch eine Eisechse und eine Eule. Gekko, 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 Gekko. Ich hole Catboy zurück. Was tust du da? Willst du für immer eine Eidechse im Romeos Zoo werden? Wir brauchen einen Plan. Oh, Freundschaft, ja. Wir laufen, Roboter. Superkräfte oder nicht, ich bin trotzdem schnell genug, um zu entkommen. Bis dann. Oh je. Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ Robo retten wollen. Die PJs bringen mich an, mein Ziel? Das war echt ein Kinderspiel. Ha, ich bin gut in diesen Rätseldingen. Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninja Linus, Gekko. Selbst wenn wir in die Nähe von PJ Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich. Da muss der Ring sein. Seid vorsichtig, Leute. Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Super Katzenstreifen. Ich hab die Fallen gefunden. Mich werden sie aber nicht erwischen. Super-Euen-Flügel. Drachen zum Klatscher. Super-Gekko-Muskel. Wow, ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Euen-Flügel. Puh, sind wir jetzt in Sicherheit? Ich muss Luna Girl von der weglocken, sonst stecken wir beide in Schwierigkeiten. So, die neue Linse macht mein Mondportal zehnmal so stark wie vorher. Rühr dich nicht von der Stelle. Warte. Du hast es repariert? Repariert? Nicht ganz. Ich hab eine stärkere Linse eingesetzt. Dann ist es vorbei? Nein, noch nicht. Du hast es kaputt gemacht und ich hab's repariert. Du bist mir was schuldig. Aha! Ich hab keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, wir wissen, dass du es kaputt gemacht hast, Luna Girl. Moment! Sie wissen es nicht? Wissen was? Nichts, rein gar nicht. Geh einfach von dem Teleskop weg. Nein! Ich hab's repariert und ich öffne jetzt damit mein Mondportal. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ach, nein? Nein! Motten, fangt sie! Pass auf das Teleskop auf, Ouellette! Oh nein, vergiss es! Nicht schon wieder! Ich hab's! Ja! Dieses Mal konntest du es nicht zerstören. Zum letzten Mal, Plagegeister. Ich war das nicht. Wer denn sonst? Ja, weil nur du und Ouellette waren... Es ist wahr. Luna Girl hat es nicht kaputt gemacht, sondern ich... Was? Ich hab mich nur daran angelehnt und dann ist es umgefallen. Es war in Versehen. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte. Es war leichter, die Schuld auf Luna Girl zu schieben. Für gewöhnlich ist sie die Böse. Aber das war falsch. Ich bin keine Heldin. Und? Und sie hat auch das Teleskop repariert. Was? Und? Und ich entschuldige mich, dass ich nichts gesagt hab, als es passiert ist. Schaut mal da! Können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer ein Welfi-Bot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Welfi-Bot. Hey, hör auf damit. Das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erstmal dieses riesige Videospiel rein. Oh, cool. Ich will aufspielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Welfi-Bot. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei kawumm macht. Ha, reingelegt. Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Hä? Was? Hey, Welfi-Bot. Ich nehme einen Obst-Shake. Mach meinen mit Welfi-Beeren. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Wir sind ausgesperrt. Ich schleiche mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsen-Riff. Wow. Echt Werwolf stark. Klasse, Welfi-Bot. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Echt lecker. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss hier doch irgend so was geben wie ein Kraftfeld. Oh. 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 Oh, ja. Gewonnen ist gewonnen. Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... Rohe Zwiebel. Hahaha. Fail-Versager. Catboy wirft. Er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse. Alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst köstliche. Leckerei. Mh. Ah. Nur einen kleinen Bissen. Heco. Nicht. Schokoladen-Eier. Ja. Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell. Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie. Bewachen. Nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche zu dienen und zu beschützen. Einflügel weg. Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Ei-Danner. Jipp, jipp, jau. Juuu. Mir geht's gut. Juuu. 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 Keine Sorge, Aya. Bleibt einfach, wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit. Ich passe auf euch alle auf. Auf jedes einzelne leckere, schokoladige, samtige von euch. Juuu. 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 Ja. Ja. Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Ei-Dachslein. Dann mal los. Ninjalinos! Blattende Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gekko uns helfen würde! Keine Angst! Wir schaffen das! Locker! Sie brauchen mich nicht, das schaffen Sie locker. Ich hab hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey, ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das Dettel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebeklatschen muss, muss er Klebeklatschen! Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Äh, nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! Oh, Mann! Oh! Ah!